Viele Stürme gibt es zurzeit bei uns. Sie fegen über ganz Deutschland hinweg. Und was das spirituell zu bedeuten hat, was die Stürme überhaupt für eine Bedeutung für die Zukunft haben, das wirst du gleich in meinem Video erfahren. Bringt vielleicht der Sturm eine neue Klarheit oder sogar eine neue Wahrheit zu uns? Ja, gleich erfährst du mehr. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Monika Neriana-Kardinal und ich bin das Hauptmedium der Smarana-Gruppe. Wir sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten und eines der größten Online-Portale für Webinare im deutschsprachigen Raum. Und wenn du daran interessiert bist, immer die neuesten Botschaften der geistigen Welt zu erhalten, dann darfst du mich am besten gleich abonnieren und ich danke dir schon sehr dafür. Ja, und heute kommen wir zu dem aktuellen Thema der Stürme. Die Stürme fegen in einer so großen Gewalt über unser Land, dass wir darüber nachdenken sollten, was möchten uns die Stürme denn sagen. Für mich bedeutet der Sturm, er bringt eine neue Wahrheit und Klarheit für uns. Aber warum komme ich jetzt auf diese Idee? Der Sturm gehört zum Wind, zur Luft, zum Element der Luft. Und das Element der Luft steht für Klarheit der Gedanken. Das heißt, also alles, was wir denken, wird zu einer Tat, wird unser Leben bestimmen. Und ihr wisst, wir leben gerade seit gut zwei Jahren in einer sehr turbulenten Zeit mit sehr vielen schwierigen Gedanken aus dem Kollektiv, die sich jetzt in diesem Sturm entladen. Und zwar entlädt sich gerade die ganze Angst, die angestaut wurde, sei es denn die Angst vor dem I, die Angst vor dem Pieksen, sei es die Angst vor einer Krankheit, sei es die Existenzangst oder viele andere Ängste auch. All das haben wir über das Kollektiv manifestiert. Und das entlädt sich jetzt in diesem Sturm. Das heißt, Altes wird aufgelöst, alte Glaubenssätze werden aufgelöst und etwas Neues kommt. Denn der Sturm bringt uns ja auch etwas Neues, er öffnet neue Türen und Tore. Er bringt uns dazu, neu zu denken, neu zu überleben. Also all die Wut, die sich vielleicht auch aufgestaut hat, darf sich entladen. Und das zeigen uns jetzt die Elemente. Also das heißt, wenn die Elemente sich so deutlich zeigen, wie zur Zeit, dass da eine große Energie vom Kollektiv sich angesammelt hat. Und es ist ja nicht nur jetzt die Angst vom Kollektiv, es ist ja auch die Angst von manchen Menschen, dass die Wahrheit immer mehr herauskommt. Das ist auch eine Angst, die sollten wir auch mal anschauen. Denn wenn man die ganze Zeit lügt oder gelogen hat und es jetzt auf einmal nicht mehr geht, weil nämlich wir, wir, das Kollektiv, nicht mehr bereit sind, all das zu glauben, was uns erzählt wird, dann ist da eine große Änderung auf einmal in Fahrt. Die Stürme zeigen es uns. Die Stürme sind ein Anzeichen dafür, dass eine große Veränderung stattfindet. Und diejenigen, die immer gelogen haben, die merken, dass etwas nicht stimmt, dass sie so nicht weiterkommen, dass sie etwas ändern müssen. Und ihr kennt ja den Spruch, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht mehr. Das ist halt ein Problem für diejenigen Menschen, für uns nicht so sehr, weil wir begonnen haben, mehr zu hinterfragen. Also der Sturm der Wahrheit fegt über Deutschland. Es wird aufgedeckt, was versteckt wurde. Es kommt immer mehr zum Vorschein. Und wie das nun mal so ist, bevor so ein Sturm entstehen kann, beginnt alles im Feinstofflichen. Also das, was wir denken, das habe ich vorhin gesagt, das, was du denkst, wird deine Wirklichkeit, wird eine Tat, ein Wort, eine Tat, wird dann Realität. Und dieser Kampf zwischen Gut und Böse, all das, diese Energie, die entlädt sich über den Sturm. Jetzt ist es, wenn man von der Naturgewalt absieht, kann man auch darin etwas Gutes sehen. Also eine große Änderung der Energien. Die geistige Welt kündigt damit etwas Neues an. Es geschieht etwas Neues. Es kommt etwas Neues. Natürlich möchte ich jetzt an dieser Stelle auch sagen, all die Menschen, die unter dem Sturm gelitten haben oder die viele Probleme hatten, die vielleicht auch gestorben sind, ich habe das vollste Mitgefühl und Verständnis dafür, es ist eine schwere Situation. Und ich wünsche auch den Menschen alles, alles Gute und dass es wirklich auch besser wieder wird. Und auch für jeden Menschen, der jetzt durch den Sturm vielleicht Hab und Gut verloren hat oder große Dinge im Garten oder am Haus kaputt gegangen sind, ich wünsche euch ganz viel Kraft, dass ihr das schafft, damit es auch bei euch weitergehen kann. Wenn ich jetzt den Sturm nochmal anschaue, der Sturm bringt etwas und nimmt etwas. Er nimmt etwas mit sich fort. Und das ist bei uns die Angst in jeder Beziehung und er bringt auch die Lügengeschichte, deckt er auf. Der Sturm deckt auch viel auf und lässt uns einfach genauer hinschauen. Ich meine, Stürme waren schon immer ein Teil unseres Lebens. Es ist jetzt nicht so, dass das was ganz Neues ist, sondern wir kennen das. Ja, sie sind einfach ein Mittel der Natur, auch für Reinigung zu sorgen. Also die Erde reinigt sich auch von diesen kollektiven Energien, die sie ja die ganze Zeit von uns trägt. Es ist ja nicht so, dass die Erde einfach nur ein Planet ist, sondern sie hat auch viele Gefühle. Sie ist auch ein Wesen. Und das, was die ganze Zeit geschieht, beeinflusst auch unsere Erde in ihrem Wesen. Und deswegen ist der Sturm für die Erde auch eine große Reinigung. Und es ist aber auch für uns alle eine Warnung. Wir sollen mal richtig hinschauen. Wir sollen nochmal genau schauen, was mit dem Sturm ist, was er uns sagen will. Die eine Richtung geht ja, diese Warnung, glaub nicht mehr, was dir gesagt wird. Denn die Wahrheit, sie kommt immer mehr ans Licht. Es wird immer schwieriger zu lügen. Das ist eine schöne Sache, dass es immer schwieriger wird mit der Lügerei. Und für uns selbst, wenn wir jetzt mal für uns gucken, wo lügen wir uns vielleicht an, wo stehen wir nicht ganz für uns, was haben wir für Gefühle, haben wir vielleicht auch Ängste oder sind wir manchmal depressiv. Also es gibt ja so viele verschiedene Stimmungen. Wenn sowas ist, dann schaut sie bitte an. Also es ist nicht gut, diese Dinge zu ignorieren, sondern tatsächlich sie immer anzuschauen und dann sich zu hinterfragen, was kann ich ändern, was kann bei mir in die Heilung gehen. Wir hatten das neulich auch in einer großen Heilsitzung für eine ganz liebe Kundin, die bei mir war und wir konnten so viel lösen. Es war wirklich wunderschön, danach diese große Erleichterung und diese neue Klarheit zu erfahren. Und gerade bei dem Wort Klarheit fällt mir ein, es gibt ein Webinar, das heißt Reinigung der Energien und darum geht es um Ausleitungen von E-Stoffen zum Beispiel. Wer da ein Problem hat, wer da große Ängste hat oder will das Zeug einfach nicht in seinem Körper haben und neutralisiert haben, der kann ja sowas tun und dann geschieht eine große Erleichterung. Die Links sind alle unter dem Video. Schaut einfach mal, was euch davon interessiert und wie ihr euch ja damit helfen könnt. Es ist einfach wichtig, dass man all diese Dinge, die man so in seinem Körper fühlt, nicht ignoriert. Und das heißt ja auch immer, nach dem Sturm wird es wieder ruhig. Es gibt etwas Neues. Es gibt immer ganz viel Hoffnung. Und das ist diese neue Klarheit. Wenn nämlich die ganze Wahrheit ans Licht kommt und es heißt ja auch immer, die Wahrheit sucht sich ihren Weg, das sagt die geistige Welt. Und das heißt, Lügen haben sowieso kurze Beine. Das geht niemals gut. Das kommt alles einfach ans Licht. Und in dieser Phase sind wir jetzt. Für mich ist das so, ich könnte sagen, das Ja der Klarheit, das Ja der Wahrheit. Eingeläutet durch diesen Sturm. Und das bringt doch ganz viel Hoffnung für uns alle. Denn diese Reinigung und Transformation der Erde, unsere Gedanken, denn wir sollten auch beginnen, anders zu denken, also liebevoller zu denken. Und viele von uns haben das ja auch schon gemacht. Wir haben ja mal ausgemacht, dass wir uns jeden Tag zehn Minuten vor 20 Uhr gedanklich miteinander verbinden und die neue Erde manifestieren. Das ist hohe Lichtarbeit. Und alle, die wir positive und liebevolle Gedanken haben, bringen das Licht auf die Erde. Und das habt ihr alle. Alle, die ihr meine Videos schaut, alle, die ihr mich abonniert habt, ihr bringt das Licht, denn ihr versteht, um was es geht. und dadurch kann das Neue entstehen, was sich ja jetzt ankündigt über den Sturm. Einfach. Also der Sturm ist im ersten Moment etwas Schlimmes, etwas Schlechtes, eine Naturgewalt. Aber wenn du ihn hinterfragst, so wie wir es heute getan haben, bringt er doch ganz viel Licht, ganz viel positive Veränderung. Und dies möchte ich jetzt mit euch manifestieren. Denn die positive Veränderung, das ist genau das, was ich mir wünsche, was wir uns alle wünschen für die neue Erde, für die neue Zeit. Und ich kann euch sagen, es wird wundervoll, wundervoll und wunderschön werden. Es wird so werden, wie wir uns das vorstellen. Denn das ist unsere Kraft, die Macht der Gedanken. und so werde ich jetzt gerne mit euch eine Meditation machen, wo wir in die Energie, in die positive Energie eintauchen, wo wir unsere Gedanken reinigen lassen und uns durch die Transformation der Stürme in das neue, schöne hineintragen lassen. Ich wünsche dir jetzt schon ganz viel Freude dabei, wen gleich die geistliche Welt zu uns spricht. Smarana 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 liebes Menschenkind, liebe Menschenfamilie, voller Freude begrüße ich dich zu dieser Meditation als Vorbereitung für das folgende Channeling. So beginne nun, das Licht von Smarana einzuatmen. Smarana bedeutet, die Nähe Gottes zu fühlen. Und so wirst du mit jedem Atemzug das Licht von Gottes Nähe fühlen. Gott ist bei dir und er wird uns heute begleiten mit seiner Liebe und mit seinem Licht bei der Botschaft, die wir gleich empfangen werden. versuche du in dieser Wondervollen Smarana Energie zu bleiben und lass dich einfach tragen, denn alles, was wichtig für dich ist, wird zu dir kommen. So rufe ich die Engel der Wahrheit und schon strömt ein das helle Licht der Wahrheit, das leuchtende Licht des Vertrauens und der Klarheit. Wir sind die Engel der Wahrheit, welche heute zu dir sprechen und wir beobachten all das, was geschieht auf der Erde mit großer Aufmerksamkeit. So möchten wir dich, lieber Mensch, heute unterstützen, in deiner Klarheit klarer zu werden und so werden und so werden wir mit deiner Erlaubnis eine Reinigung deiner Gedanken durchführen. Wir werden dich von dem befreien, was dich belastet, was dich schwach macht. Wir werden dich von negativen, hinderlichen Energien befreien, welche vom Kollektiv auf deinen Schultern lasten und vielleicht gar nicht zu dir gehören. Und so freuen wir uns sehr, für dich wirken zu dürfen, denn wir tun dies in der größten Wahrhaftigkeit, Achtsamkeit und in dem Bewusstsein der höheren Dimensionen der Liebe. Und wenn du bereit bist, werden wir jetzt beginnen. Und so lass nun all das, was dich belastet, nach oben kommen. wir werden es in unsere Hände nehmen und dich davon befreien. Wir werden all das, was schwer für dich ist, in Licht und Liebe transformieren. Dies geschieht in der tiefsten Liebe der Engel und vielleicht fühlst du schon, wie wir für dich wirken, wie die Reinigung deiner Gedanken geschieht und wie es dir leichter wird. Wie du fühlst, wie die Last von dir abfällt, welche du getragen hast. und nach einer Weile wenn die Reinigung vollzogen wurde, führen wir dich in deinen Seelengarten, denn in deinem Seelengarten befindet sich ein wunderschöner Platz und wir sind sicher, dass du diesen Platz finden wirst, denn deine Seele, sie wird dich führen. Und so stehst du schon direkt vor diesem Platz. Es kann sein ein Berg, eine Anhöhe, ein Riff, ein Aussichtsturm. Es ist auf jeden Fall etwas Hohes, wo du ganz oben drauf stehst. Und jetzt in diesem Moment fließen die Energien der Klarheit zu dir ein, denn du wurdest ja gereinigt, dein Geist ist frei. So fließt die ist du und und du hast Seele dann nimm dir ein wenig Zeit und genieße all das, was dir jetzt gezeigt wird. Es sind die Bilder deiner deiner Seele es ist deine eigene Wahrheit die du jetzt in diesem Moment spürst welche dein Herz öffnet und deine Seele sie lächelt sie freut sich denn je klarer deine Gedanken sind umso leichter kann sie dich durch dein Leben führen und so genieße diese Energie die wir dir schenken aus großer Freude schenken und so tragen wir dich und deine Seele über die Linien der Zeit so dass du jetzt einen Blick auf die Erde werfen kannst deine geliebte Erde betrachte sie betrachte sie mit deiner neuen Klarheit und sende ihr jetzt genau die Energie welche unsere Erde braucht und vielleicht ist es ja Frieden Liebe Wahrheit Vertrauen und Licht zu schwebe noch ein wenig über den Wolken in der Freiheit der unbegrenzten Freiheit deines Bewusstseins und erkenne dass du ein Teil vom Großen und Ganzen bist dass die vollkommene Liebe aus der Schöpferkraft bei dir ist und fühle wie du so unendlich geliebt wirst wenn wir dich jetzt sanft und sicher zurück zu dir in deine Dimension hineinbringen in dein Zuhause dort angekommen spürst du wie dein Kopf ganz klar geworden ist du spürst eine neue Freiheit in deinen Gedanken und eine große Leichtigkeit so verabschieden wir uns von dir voller Liebe und danken dir für deine Aufmerksamkeit und du kommst in deiner eigenen Geschwindigkeit wieder in dein hier und jetzt zurück bist wieder ganz da bewegst Hände und Füße Atmest noch einmal tief ein und aus und fühlst diese wundervolle neue Freiheit in dir Danke euch sehr dass ihr die Zeit mit mir geteilt habt und ich umarme euch jetzt mal alle ganz liebevoll haben habt eine gute Zeit und wenn euch die Botschaft gefallen hat und ihr immer wieder neue Botschaften erhalten möchtet dann abonniert meinen Kanal indem ihr auf die Kugel klickt und wir sehen uns zum nächsten Video alles Liebe bis bald